Sie machen alle Fotos! Eben wurde schon Oskar gerufen. Guten Morgen, Freunde. Wir sind jetzt aufgestanden, haben schon geduscht, haben uns ein bisschen fertig gemacht. Ich habe Brötchen besorgt, ich habe noch ein paar Eier besorgt, weil ich mache mir jetzt ein bisschen Rührei noch für uns. Und ich habe euch ja versprochen, dass ich euch auf jeden Fall mal zeige, wie das hier aussieht. Jetzt sieht das natürlich ein bisschen aus wie Bockmist, aber so ist es halt, wenn man aufgestanden ist. Hier schlafen wir. Ich habe gestern noch geschnitten, das Video ist quasi fertig. Leider ist es ein bisschen etwas lang geworden. Hier liegen sozusagen unsere beiden Taschen. Wir machen das immer so, dass wir dann den Sitz da vorne von nach vorne klappen. Und dann kommt man da einigermaßen dran auf jeden Fall. Ja, das ist halt, weil wir kein Hochdach haben oder so, haben wir ein bisschen wenig Platz. Aber ansonsten, so sieht es dann aus. Ich weiß nicht, ob ihr noch irgendwas anderes, wenn ihr noch Fragen habt oder so, dann könnt ihr sagen. Das Handtuch hängt jetzt hier, weil wir das immer zuziehen. Weil wir für hier oben dementsprechend noch keine Thermomatten haben, so wie an den ganzen Seiten. Weil das kostet wieder extra. Ja, und wie gesagt, ich mache jetzt ein bisschen Frühstück. Dann frühstücken wir. Und dann geht es auch auf. Um zwölf beginnt der Convoy. Wir müssen rechtzeitig da sein. Das heißt, jetzt essen. Los geht's. Und ihr kommt auf jeden Fall mit. Also, dranbleiben. Gut gestärkt sind wir jetzt angekommen. Wir sind jetzt hier in der Seerkehre in der Hafenkehre, wo sich alle Busse treffen sollen und so. Es ist jetzt halb zwölf gleich. Um zwölf soll das Ganze losgehen. Mal schauen. Einfach mal gucken, was da abgeht. Ich glaube, jetzt fahren schon die ersten Busse hier rum und so. Ich glaube, das wird ganz geil auf jeden Fall. Für euch gibt es ordentlich was zu sehen. Ich werde ein paar schöne Aufnahmen machen. So, wir haben es jetzt schon nach zwölf. Es geht noch nicht los. Deswegen fahre ich jetzt noch mal eine kleine Runde und mache euch mal ein paar Bilder, dass hier schon so einige rumstehen. Jetzt geht's auf jeden Fall los. Wir sind losgefahren und für euch gibt's jetzt noch ein paar schöne Bilder, wenn wir gleich richtig auf Tour sind. Oh mein Gott, ist hier viel los, ey. Die machen alle Fotos. Eben wurde schon Oskar gerufen. Das ist echt krass. Oskar! Geile Nummer, ey. Hier fliegen auch so einige Drohnen rum und so. Das ist echt total geil. Ein richtig geiles Gefühl auf jeden Fall. Kannst euch nur empfehlen hierher zu fahren und das mitzumachen. Das ist so geil. Ja. 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 kaufen. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.